Hallo, wenn du ein Workout machst und Gewichte benutzt, ist es unbedingt notwendig, dass du dieses Gewicht im Körper ausbalancierst. Wie machst du das? Im Stehen gehst du mehr in die Knie und im Sitzen drückst du deine Füße gegen den Boden, als wie wenn du den Stuhl nach hinten schieben möchtest. Das hilft dir stärker, im Rücken zu sein und den Körper zu balancieren. Du merkst es daran, dass die Bewegung im Oberkörper keinen Effekt hat. Der Oberkörper ist stabil. Falls der Oberkörper sich mitbewegt, ist dein Rücken zu wenig stabilisiert und das Gewicht zu wenig ausbalanciert. Alles klar? Gut, bis zum nächsten Workout.